Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal CryptoKero. Ich begrüße euch herzlich zu meinem täglichen Update. Bleibt definitiv bis zum Ende dran. Dieses Video wird sehr spannend werden und ich werde euch ganz genau sagen, was ich jetzt in den nächsten Stunden und in den nächsten Tagen vom Bitcoin-Preis erwarte, nachdem wir ja so einen heftigen Preisrücksetzer wieder hatten. Und wenn euch dieses Video gefällt, gebt mir definitiv einen Daumen nach oben, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr meine Updates immer als erstes erfahrt und immer up-to-date seid. Vielen Dank Leute und wir starten direkt mit unserem Bitcoin-Preis. Wie ihr sehen könnt, wir sind aktuell bei einem Preis von 33.017. Und wie ihr auch sehen könnt, wir sind kurz davor, erneut wieder in unser Triangle reinzurutschen und es sieht ganz danach aus, als wenn wir danach erneut unseren stärksten Support der letzten Wochen in etwa die 30.000 wieder erreichen könnten. Wie ich ja in meinem Video vorher auch erklärt hatte, sind wir hier an diesem Punkt, nachdem Elon Musk Bitcoin in seine Twitter-Biografie reingeschrieben hatte, sind wir hier sozusagen abgehoben mit dem Preis, haben Preise bis hin zu 38.600 sehen können und haben danach einen heftigen Preisrücksetzer erlebt. Jetzt ist die Frage, werden wir weiterhin runterfallen und warum sind wir überhaupt von diesem Preis wieder runtergefallen? Das könnte man sich in etwa so erklären und zwar, als Elon Musk in seine Twitter-Bio Bitcoin reingeschrieben hat, glaube ich, sind viele Menschen davon ausgegangen, dass jetzt erneut in ein paar Stunden oder kurz danach nochmal ein Post folgen wird, worin er schreibt, dass er in Bitcoin investiert hat. Mit dieser Euphorie ist der Preis hochgegangen und es sah ganz danach aus, als wenn wir ein neues Old-Time-High erreichen würden und Elon Musk sozusagen in dem Bullenmarkt nochmal einen neuen Bullenmarkt entfacht hätte. Doch diese Euphorie war wie gesagt nur von kurzer Dauer, nachdem kein neuer Tweet von ihm kam, nachdem er nicht geschrieben hat, dass er in Bitcoin investiert hat, ist der Preis hier an unsere Resistance abgeprallt und wir sind wieder runtergefallen, bis kurz vor unser Widerstand, welches dann ja nach dem Ausbruch hier zum Support geworden ist und es sieht jetzt gerade so aus, als wenn wir eventuell wieder in dieses Triangle reinrutschen könnten. Ich hatte in meinen Videos vorher auch von einem Falling-Vatch gesprochen, welches man hier genauso gut reinzeichnen kann, aber auch bei einem Falling-Vatch, wenn man es hier reinzeichnen würde, würde es nicht besser aussehen und die Resistance in etwa bei 34.500 und der Support bei in etwa 30.000 sind die gleichen. Man muss auch dazu sagen, der von Elon Musk herbeigeführte Pump hatte nicht wirklich eine Basis. Das können wir zum Beispiel an dem Volumen, was hier entstanden ist, sehen. Bei dem Ausbruch hatten wir zwar ein relativ hohes Volumen, was danach allerdings in den nächsten Stunden schlagartig wieder runtergegangen ist. Daran kann man sehen, dass der Pump eigentlich nur ausschließlich von Elon Musk herbeigeführt war und nicht von einer wünschenswerten bullischen Stimmung. Die bullische Stimmung war zwar da, aber wie gesagt nur kurzfristig und nachdem Elon Musk keinen neuen Tweet rausgebracht hat und nicht gepostet hat, dass er in Bitcoin investiert hat, ist die Euphorie ganz schnell verflogen und wir sind wie gesagt bis kurz vor unserem Support, welches ja vorher unsere Resistance, unser Widerstand war, zurückgeprallt. Und jetzt bleibt es spannend, ob wir dann wieder in dieses Triangle reinrutschen würden, was ein noch bärischeres Signal wäre, als wir es jetzt schon haben und eventuell würden wir dann hier nochmal bis zu unserem größeren Support bis hin zu 30.000 runterfallen. Doch was passiert, wenn wir auch den Support bei in etwa 30.000 nicht halten können und welchen Preis wir danach erreichen könnten? Das möchte ich euch gerne einmal so zeigen. Und zwar, wir sind ja wie gesagt hier in einem bärischen Descending Triangle und deshalb und hier müssten wir die obere Linie mit der unten und deswegen müssen wir hier die obere Linie mit der unteren Linie verbinden und diesen Balken wie immer einmal hier drunter ziehen und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir hier an dieser Stelle dann nach unten hin ausbrechen, können wir sehen, dass wir hier theoretisch einen Preis bis hin zu, wenn ich das hier nochmal richtig mache, bis hin zu 19.920.000 sehen könnten, was ich ja auch schon vorher öfter in meinen Videos erwähnt habe. Ich denke, die 20.000 sind immer noch realistisch und ich denke, die Chance, dass wir auf die 20.000 fallen, liegt bei 60 zu 40. 60% dafür, dass wir auf die 20.000 fallen und 40% dafür, dass wir nicht auf die 20.000 fallen, sondern hier erneut vom Support aufgehalten werden können. Hinsichtlich dessen möchte ich natürlich auch gerne nochmal in den Tageschart vom Bitcoin sehen und im Tageschart sieht es etwas düsterer aus als im 4-Stunden-Chart. Hier können wir nämlich sehen, dass wir aktuell unterhalb unserer Support-Linie, welches dann wieder zur Resistance werden würde, aktuell uns befinden und es könnte gut möglich sein, dass wir in etwa in 7 Stunden diese Kerze unterhalb bzw. innerhalb von diesem Triangle abschließen, welches ein super gutes Signal wäre, um mich noch bärischer zu machen, als ich es jetzt schon bin. Es bleibt gespannt abzuwarten, wie die nächsten 4-Stunden-Kerze, insbesondere der Tageschart, abschließen wird, ob wir uns beim Abschluss des Tagescharts hier in diesem Triangle befinden werden oder ob wir hier etwa von diesem Support aufgehalten werden können und dann erneut nochmal nach oben gehen können. Allerdings sieht es für mich so aus, als wenn aktuell einfach die bullischen News bzw. diese bullische Grundstimmung fehlt, um den Preis weiter nach oben hin befördern zu können. Was jetzt aktuell eventuell den Markt wieder etwas befördern könnte, wäre erneut Elon Musk, wenn er nochmal einen Tweet raushaut. Allerdings muss ich dazu auch nochmal sagen, dass es nicht wirklich ein Pump mit einer Basis wäre und man könnte davon ausgehen, dass der Preis danach erneut runter geht, wenn dann kein neuer Tweet von Elon Musk folgt. Und natürlich möchte ich auch nochmal über den Ethereum-Preis sprechen. Ich hatte ja schon öfter gesagt, dass der Bitcoin-Preis und der Ethereum-Preis mehr oder weniger Hand in Hand laufen. Und allgemein, wenn der Bitcoin-Preis runter geht, ist es meistens so, da der Satoshi-Wert ja weniger wird, wenn der Bitcoin-Preis runter geht, dass damit auch die Altcoins dann an Wert verlieren. Und zum Ethereum-Preis muss man auch sagen, dass es für Ethereum nicht besser aussieht als für Bitcoin. Hier können wir ganz klar erkennen, dass wir aus unserem Ascending Triangle, welches ja eigentlich ein bullisches Triangle ist, sind wir leider nach unten ausgebrochen. Und es sieht gerade so aus, als wenn wir mit der zweiten 4-Stunden-Kerze diesen Breakout nach unten nochmal konfirmen könnten. Und eine kleine Erinnerung, Leute. Ihr könnt mir gerne auf meiner Twitter-Page folgen, atkerocrypto, nicht wie mein YouTube-Channel, Crypto Kero, sondern atkerocrypto. Ich poste tägliche Updates zu meinen Trades, zu Bitcoin und allgemein zu dem Kryptomarkt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir folgt und gehe jetzt über zu der Frage, ob ich denn neue Trades setzen werde. Und möchte deswegen gerne nochmal in den Bitcoin-4-Stunden-Chart gehen, um euch das nochmal besser zu verdeutlichen. Ich hatte ja gesagt, dass ich keine neuen Shorts setzen werde, dass ich auch keine neuen Trades setzen werde. Ich denke, wenn wir hier unseren Support halten können, kann ich mir gut vorstellen, dass wir von hier nochmal bouncen werden und erneut mit dem Preis anziehen. Das wäre eventuell ein Punkt, um long zu gehen. Allerdings, wie ich schon gesagt hatte, aktuell fehlt mir so ein bisschen die bullische Grundstimmung. Ich kann aktuell keinen Grund finden, warum der Bitcoin-Preis pumpen sollte, was natürlich trotzdessen möglich wäre, da wir ja wie gesagt immer noch in einem Bullenmarkt sind. Und wie gesagt, wenn wir hier am Support abprallen und eventuell dann mit einer zweiten 4-Stunden-Kerze dann auch noch über diesem Support bleiben, kann ich mir vorstellen, dass wir dann hier nach oben hin wieder steigen und dass wir dann hier ein W-Pattern bilden und eventuell dann noch mehr mit dem Preis anziehen. Das allerdings ist natürlich Zukunftsmusik. Wir müssen jetzt abwarten, was in den nächsten Stunden passieren wird, wo die 4-Stunden-Kerzen schließen werden und je nachdem können wir dann nochmal unsere Gedanken sortieren. Wenn wir diesen Support hier nicht halten können, den Support von unserem Triangle, kann ich mir vorstellen, dass wir hier reinfallen und eventuell dann bis zu 30.000, bis zu unserem großen Support runterfallen werden, was eventuell eine gute Möglichkeit wäre für die Leute unter euch, die Shorten wollen. Wie gesagt, ich shorte nicht in einem Bullenmarkt, der Trend kann sich jederzeit wenden und deshalb lasse ich die Finger aktuell vom Shorten und wenn sich eine Möglichkeit zum Longen ergibt, werde ich diese Möglichkeit auch nutzen und ich werde euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten über meine Twitter-Seite. Vielen Dank Leute, das war mein tägliches Update für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns bei einem neuen Video morgen. Vielen Dank Leute, bis dann.